Was geht hier vor? Wir bekamen ein Telegramm. Darin stand nur, er würde kommen. Wer zum Teufel ist er? Keine Ahnung, Sir. Es gibt Menschen, die die Welt verändern. Mein Name ist Gandhi. Mohandas Kargandi. Ein Mann hat für alle Zeit die Welt verändert. Ganz gleich, wer Sie sind. Wir wollen Sie hier nicht. Ich schlage vor, Sie steigen wieder in den Zug, bevor er wegfährt. Die anderen möchten, dass ich bleibe. Columbia Pictures zeigt ein Weltereignis. Einen Film von Richard Attenborough, Gandhi. 100.000 Engländer werden nicht die Kontrolle über 350 Millionen Inder ausüben können, wenn diese sich weigern, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Geschichte eines Mannes, der Millionen aus der Seele sprach. Um unabhängig zu werden, müssen wir beweisen, dass wir es verdienen. Von seinen bescheidenen Anfängen... Sie sind sehr ehrgeizig, Mr. Gandhi. Ich will es nicht hoffen. ...bis zu seinem höchsten Triumph war er das Gewissen der Menschheit. Wo Ungerechtigkeit ist, bin ich immer zu kämpfen bereit. Seine erduldeten Qualen beendeten das Leiden eines Volkes. Zur Buße werde ich fasten, da ich derartige Emotionen geweckt habe. Und ich werde nicht eher damit aufhören, solange Sie nicht aufhören. Seine größte Waffe war der Frieden. In diesem Falle bin auch ich bereit, dafür zu sterben, meine Freunde. Aber das ist noch lange kein Grund und ich sag das sehr deutlich, jemanden umzubringen. Feuer! Ich möchte dokumentieren, nüchtern und sachlich, was hier geschehen ist. Ich kann nicht anders. Ich muss Sie zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilen. Seit Ihrer Verhaftung haben die Unruhen nicht aufgehört. Wenn wir unsere Freiheit durch Mord und Blutvergießen erringen, will ich daran keinen Anteil haben. Glauben Sie wirklich, Sie können Gewaltlosigkeit gegen Leute wie Hitler anwenden? Aber Sie können Gewalt auf keinen Fall akzeptieren, ob von Hitler oder sonst jemandem. Gandhi. Sie nennen sie Mahatma, die große Seele. In den Hauptrollen Martin Sheen, Sir John Gilgut, Edward Fox, Ian Charlson, Candice Burden, Trevor Howard, John Mills, Rohini Atangadi. Und zum ersten Mal Ben Kingsley als Mohandas Gandhi. Ich bin ein Moorselen. Und ein Hindu. Und ein Christ. Und ein Jude. Ich bin einer von Euch. Männer ehrten ihn. Frauen liebten ihn. Ein Königreich fürchtete ihn. Eine Nation betete ihn an. Lang lebe Mahatma Gandhi! Mahatma Gandhi! Mahatma Gandhi! Mahatma Gandhi! Gandhi. Sein Triumph hat die Welt für immer verändert.